Let's go, dig out. Komm schon, Baby. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Wir haben 24 Waffenkisten Nummer 1. Oh mein Gott, das muss heute knallen. Das ist die Waffenkiste Nummer 1. Aktueller Preis auf Steam pro Kiste 93 Euro. Wir haben 24 Stück davon. Ich sag mal so, über einen Messer, über Gold, freu ich mich theoretisch gesehen auch. Kommt drauf an welches, es ist viel auch Quatschkram da drin. Oh, M9, Bayonet, Crimson, Web, Digi. Das wäre auch wunderschön, Mann. Was wir wollen, ist die AK. Die pinke AK, Pattern 661. Also wenn wir die in Pattern 661 ziehen, StatTrack Fabrik Neu, dann ist das eine 800.000 bis 1.000.000 Waffe. Dollar. Pattern 661, StatTrack Fabrik Neu, wurde noch nie gezogen in dem Zustand. Mindestens 1.000.000 Dollar. Ja, Sven schreit auch gerade, mindestens 1.000.000. Gibt es bessere als 661? 661 ist das beliebteste. Also nein. Aber ich sag auch ganz ehrlich, die AWP Lightning Strike in Fabrik Neu, nehme ich auch. Let's go, die erste Kiste von 24. Bumm. 661. AK. Oh mein Gott. 661. Du. So. Ach, Digga, ich habe keinen Bock mehr. Am Anfang war direkt Rot-Pink, die ersten zwei Skins Rot-Pink und dann kommt drei lila Antäuscher und dann kommt blau. Müll. Lichtblick. Bitte. Bumm. 661. AK. Bitte irgendwas. Irgendwas. Hach. Tich. Gib mir die AK. Die AK. 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 AK gestreichelt. Bumm. Bitte, 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 bitte. Bitte. Oh mein Gott. So viel, so viel Pink. Bitte jetzt, was farbig ist. Farbig, 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 du. Ach, Mann, ey. Pink. 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 No Look Pack. Ich brauche guten Sound, weil man hört ja, welche Farbe das ist, beziehungsweise blau hört sich anders an als pink. AK, 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 AK. Bitte irgendwas Gutes. Bitte irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes. Gib mir guten Sound, guten Sound. Müll. Blau. Ach, das ist nicht normal, Digga. Es ist zum Kotzen. Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Macht es zu Hause nicht nach, aber es sind gerade einfach minus 400 Euro. Factory New. Geben. Irgendwas. Ich believe sowas von jetzt. AK, Rot, Gold. Okay. Kleiner Lichtblick. Zustand. Ach, Digga. Viel testet. Müll. Nicht mal geil für Trade-Ups. Müll. Nächstes Pack. Bitte. Gehört jetzt irgendwas. AK, bitte. Die AK. Die AK. Die AK. In solchen Momenten sitzt man hier und zweifelt einfach das Leben an, Digga. Das Hobby. Bitte. Oder, okay. Take ich. Boom. Mit Augen zu. Ich habe Augen zu. Komm in meine Arme. Guter Sound. Müll. Blau. Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Keinen Bock mehr. Kurz und schmerzlos. Nächstes Set. Bitte. Gönn doch mal. Was jetzt? Gönn doch. Oh mein Gott, du. Oh. Besten Zustand. Minimal wear. Oh, Digga. Ach, Mensch. Okay, die ist im besten Zustand. Aber die gibt es doch in StatTrak, richtig? Die habe ich doch in StatTrak letztens gezogen. Ja. Ja. Also unterm Strich. Acht Kisten. Sechs mal blau. Zweimal lila. Ist ziemlich beschissen. Wir haben noch genau 16 Stück. Let's go. Komm. Bitte. Pink AK. Pink AK. 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 Bitte, bitte, AK. Du. Ich kann das nicht mehr, Digga. Es ist verarschend, sag ich. Minimal wear. Ach, Digga. Mit gedopter Nase. Rein ins nächste Set. AK. 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 Bitte. Ach, Digga. Es ist so demotivierend. So ein... Zustand, du... Und nächstes Set. Mit Augen zu. Gib mir die AK oder auch Gold oder rote AWP. Zack. Bumm. Jetzt. Jalla. Müll. Blau. Aug. StatTrak. Minimal wear. Ach, Digga. Irgendwas brauch ich noch, Digga. AK, bitte. Jetzt. Bin bereit. Gönn. AK. 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 Oh mein Gott, du. Ich krieg nur blaue... Digga. Ach, Digga. Ey, Mann, Alter. Das ist echt übel, ja. Bitte AK, AWP, Gold. Irgendwo. Gib mir irgendwas. Nicht... Oh mein Gott, da war die AK. Kein Blau. Das ist nicht normal. Factory New wieder. Für Trade-Ups ganz okay. Jetzt. Komm. Komm. Ich... Komm. Siehst du, wie ich dich... Mit... Das Finger Set. Finger Set. Finger Set, du. Illegal. 6, 5, 9. 2 vor 6, 6, 1. Wäre das auf der AK... Äh... Smed. Was wäre die Waffe dann wert? Wäre das... Wäre das ein krasser Unterschied? Nee? Wie meinst du, nee? Also, 6, 5, 9 wäre genauso krass wie 6, 6, 1? Nein? Ach, Digga. Kass drauf, dann. Egal. So. Vielleicht jetzt mal Pink. AK. Lila ist auch okay. Rot auch. Gold auch. Bumm. Komm. Bitte. Gönn. Irgend... Oh mein Gott. Direkt die AWP. Bitte jetzt irgendwas gönnen. Ich zieh nur blau. Ich kann das gar nicht fassen, Digga. Ach, Stück noch. Bitte. Gönn. 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 Oh mein Gott. Och, Digga. Es ist wirklich illegal. Seine... Mutter. Kein Bock mehr. Ich bin so demotiviert. Gönn. Ich zieh... Nur blau. Gönn. No look pack. Oh, okay. Ist mindestens lila. Ist es lila. Minimal wear. Pink. AK. Bitte. Einmal gönn. Ey, ich zieh einfach nur... Das ist der Digga. Factory new. Okay, wir haben noch vier Stück und ich sag euch, das ist der absolute Vollbruch. Gönn irgendwas. Gönn mir doch wenigstens irren. Du bist so ein Stück... Du kleiner... Oh mein Gott. Ich raste gleich aus. Ich raste hier gleich komplett aus. No look pack. Guter Sound. Okay. Mindestens pink. Boom. Ach Digga. Ach Digga, die sind... AK wieder vorbei. Ach, das ist mein Leben Digga. Alles gut. Gib mir jetzt wenigstens noch zwei lila, dass man einen guten Trade-up machen kann. AK, AK, AK. Oh, AK vorbei. Gönn mir jetzt AK. Du Stück Dreck einer ausgeburten... Jetzt kommt sowieso nichts mehr. AK rutscht wieder vorbei. Nichts. Blau ist es am Ende. Ja, super. Wow, danke. 2000 Euro angezündet. Aus 24 Kisten, vier lila und 20 blau. Das ist hochgradig illegal. Seine Mutter aus Hausen. Jetzt wollen wir nochmal gucken, dass wir hier eine Erlösung erfahren. Ein Honi noch. Wenn nix kommt, dann... auf Pusterkuchen. Ab und... Oh, bitte gut. Oh. Okay. 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 Bowie Knife, Case Hardenet. Die Playside, die andere Seite ist entscheidend. Ah, Vater. Ach, das ist bei dem Bowie Knife anders. Egal, ey. GG trotzdem in den Chat. Wir haben mal wieder Gold gehabt. GG trotzdem in den Chat. Ich mag Bowie Knives irgendwie extrem... Ich weiß nicht, ich mag es gerne. Was kostet so ein Eumel? 256, ja gut, okay. Back to back. Komm. Nochmal Gold. Habe ich noch nie gehabt. Schau, es ist 160.000. Schade, Mann. Wenn jetzt kommt, wäre auch noch back to back für mich, sage ich. Komm. Ah, schade. Wir sehen uns morgen Abend, denke ich, wieder. Monte L in den Chat. Kuss auf die Nuss. Ciao. Ciao. Ciao.